Zwei Gesichter in einer Zeitschrift. Also hier, das ist der Kim. Der Kim sieht man ihn. Der ist in live. Der Party ist echt. Und das ist meine Doppelseite immer in dieser Zeitschrift vom Baustellencoach und zwar Arbeitsschutz, aber sicher. Und wir beide haben uns heute das erste Mal auch hier auf einer tatsächlichen Baustelle getroffen und werden ein paar Videos für euch machen. Ja, auf jeden Fall. Also wer die Zeitschrift noch nicht hat, ihr abonnieren. Ich verwinke hier den Verlag.